Wann können wir wirklich aufatmen, sorgenfrei den Alltag meistern und für andere da sein? Wenn wir unser Leben im Griff haben, wenn wir gesund und zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Doch wir wissen alle, dass unsere Gesundheit gerade deshalb so kostbar erscheint, weil sie so zerbrechlich ist. Infektionen führen schnell dazu, dass unser Körper extremen Belastungen ausgesetzt wird. Belastungen, die uns nachhaltig aus der Bahn werfen können. Ohne entsprechenden Schutz werden unsere Körperzellen angreifbar. Vitamine und Antioxidantien sind ein wichtiger Teil des Zellschutzes. OPC-Kraft hilft unserem Körper, auf natürliche Weise wieder in die Spur zu finden. Alles, was wir für widerstandsfähige Körperzellen brauchen, finden wir in der Natur selbst. Insbesondere in Traubenkernen, mit ihrem hohen OPC-Gehalt. Daraus ein einzigartiges Produkt zu machen. Einfach, alltagstauglich und wirkungsvoll. Genau das ist unser Antrieb. Unsere Leidenschaft. Dabei greifen wir auf Erfahrungen und Überlieferungen der vergangenen 5000 Jahre zurück. Und nur die besten Rezepturen. Das, was sich durchgesetzt hat, verwenden wir. OPC-Kraft schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress. Durch seine Antioxidantien begünstigt es Selbstheilungsprozesse, unterstützt unser Immunsystem und verleiht unseren Zellen einen natürlichen Schutzpanzer. Aber brauchen wir das wirklich? Wir brauchen es dann, wenn wir unseren Körper schützen wollen. Tun wir unserem Körper etwas Gutes, schenken wir ihm ein Kraftpaket. OPC-Kraft stärkt unsere Zellen und schützt unseren Körper.